Moin meine lieben Zuschauer und Abonnenten, Entschuldigung für diese dämliche Let's Player Begrüßung. Beweis genug, dass skurrile Sachen auch gut sein können, ist dieser Band nie genug. Punisher Frankencastle. Doch womit fängt dieser ganze Frankencastle Spaß an? Norman Ostmans Feldzug gegen die Superhelden wird immer größer, bis hin auch schließlich der Punisher in die Linse fällt. Und Dakin darf sich um den lieben Bestrafer kümmern. Das ist der blutigste Kampf, den ich je in meinem Leben gesehen hab. Da könnte sogar ein Spawn-Comic neidisch werden. Doch so viele Vietnamesen, die er auch damals abgemurkst haben mag, ein Loch im Herz überlebt keiner. Und ne Kopfamputation erst recht nicht. Hier dürfen wir das letzte Mal bewundern, wie John Remitter Jr. den Punisher gezeichnet hat. Er steht ein bisschen lau da, finde ich. Und die Resurrection of F kann beginnen, also Frank Castle. Und es ist geschehen. Der Klassiker der Anti-Helden würde zu einer klassischen Marvel-Horrorfigur zurückgestuft. Aber natürlich hat ihn die Monster of Legion ins Leben zurückgeholt, da sie ein Problem mit ein paar japanischen Pacific Rim Monsterjägern haben. Und Frank soll den einstigen Verteidigerplatz des früheren Williams einnehmen, der die Monster beschützt hat. Seine Teamkollegen sind Manfing, der ausgezeichnet von Tony Moore gezeichnet wurde. Keine Ahnung, er kann einfach diese vielartigen Biester zeichnen. Ja, und ansonsten gibt's noch Morbius. Alter, alter, der sieht mal wirklich aus wie ein gescheitertes Experiment. Was habt ihr mit ihm gemacht? Und dann noch Wolfman, ja, aber ist halt so eine namenlose Horrorfigur. Ganz ehrlich, viele haben sich darüber beschwert, dass Frank auf einmal ein Frankensteinartiges Wesen ist. Aber hat sich der gute Mr. Castle nicht im Jahr 2000 eine Kugel gegeben und kam dann als Engel wieder? Denkt mal drüber nach, was lächerlicher ist. Ansonsten muss ich sogar sagen, ist es sogar eine ziemlich große Abwechslung. Es mag zwar ein bisschen trashig sein, aber es ist eigentlich ziemlich lustig zu sehen, wie Frank damit versucht zurechtzukommen, als 700 Kilo schweres Monster durch die Gegend zu watscheln. Ich meine, was bringt es einem, wenn man die zweifache Kraft von Bane hat, aber auch zweimal so unbeweglich und schwer ist? Mann, das Ganze wird immer lebhafter, vor allem, wenn er gegen untote Nazis und Kommunisten kämpfen darf. Der Endkampf von Dakin ist auch durchaus erwähnenswert. Wie gesagt, ich finde, es ist zwar schon trashig, aber es hat verdammt viel Spaß gemacht beim Lesen. Besonders haben mir die Dialoge gefallen. Also, man kann durchaus mehr machen als dieses gewöhnliche Drogendealer- und Gangsterbossgejage mit Frank Castle. Und keine Angst, liebe Graf-Annes-Fans, von der Brutalität ist nichts verloren gegangen. Das versichere ich euch. Besonders gefallen hat mir am Ende der Kampf zwischen Frank und Dakin um den Blutstein. Der Blutstein ist ein Stein mit regenerativen Ressourcen, die die Wunden jedes Lebewesens heilen können. Darum ist er auch so wertvoll, aber Dakin ist irgendwie danach süchtig geworden. Und dann gab es noch eine Sache, ich spoilere euch jetzt richtig hart, also schaltet lieber ab. Warum dann jetzt diese 31er-Aktion, also ich will jetzt nicht sagen 31er-Aktion, aber ich glaube, der Stein kann ihn noch wahnsinnig gemacht haben. Warum zum Teufel macht er sich jetzt seine Freunde zu Gegner? Das ist irgendwie in fast jeder Team-Konversation von Frank so. Erst kommt er richtig gut mit den Clown und am Ende zieht er dann wieder seine einsame Cowboy-Nummer durch. Halt wie Batman und das nervt irgendwie. Und das wird auch bei den Thunderbolt so sein, glaubt mir, die von Steve Dillon. Später kam es dann, wie es kommen muss, er wird wieder ein ganz normaler Mensch sein. Ist ja auch nur eine Phase. Jetzt ist aber mal die Kunst fällig. Kommen wir zum größten Augenmerk überhaupt, Tony Moore. Ich habe selten gesehen, wie man Frank aus so vielen Perspektiven gezeichnet hat, auch wenn er hier überwiegend brunzt, aber ich habe selten gesehen, wie man Frank so viele Gesichtsausdrücke gegeben hat. Sonst hat er doch diesen ernsten Blick. Na gut, aber das ist ja Tonys Markenzeichen an sich. Dann gibt es noch so einen Zeichner. Den müsstet ihr auch kennen, aber mir fällt der Name gerade nicht ein. Der hat Batman Frillkill gezeichnet. Er macht seine Sache wie bei Batman Superman World Finest eigentlich ganz gut. Und dann gibt es noch diesen fetzigen Zeichner aus Weiches. Ja, der hat eigentlich auch noch gut reingepasst. Dann gibt es noch diesen einen Zeichner, der Taskmaster gezeichnet hat. Seine Figuren haben etwas Glatzes, aber auch Rissiges. Kurzum, sie sehen aus wie Ziegelsteine. Und dann gibt es noch so einen Japano-Asia-Stil. Sorry, wenn ich das gerade sage. Der hat mir auch wirklich gefallen. Es ist auch ein... Es ist nicht nur inhaltlich, sondern auch artistisch ziemlich stimmig. Also dieses Comic müsst ihr unbedingt mal nachholen. Besonders wer auf sowas wie Monster, Thriller, Fantasy, Action steht, könnte auch so mit einer meiner Lieblingscomics sein. Ich glaube vielleicht so Top 30. Wenn euch das nicht ausreicht, was ich gesagt habe. Er macht einen auf scheiß Eragon und tötet Samurai-Monsterjäger. Ey, dafür kann man Marvel doch nur lieben, oder?